Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Fokusthema. Heute beschäftigen wir uns mit der sogenannten Kopplungsbedingung. Das hat also was mit Wärmeübergang, Stoffübergang und solchen Dingen zu tun. Oder am Ende werde ich noch ein Standardvorgehen im Bereich der Verfahrenstechnik und EIS nochmal darstellen und erklären, warum wir das eigentlich auch innerhalb der Lehrveranstaltung so machen, wie wir das machen. Da gehe ich aber dann später darauf ein. Zunächst mal im Prinzip ein Fall, den wir jetzt hier betrachten wollen, zum Beispiel, dass wir einen Wärmeübergang eben betrachten. Das heißt, wir haben ja relativ häufig bei irgendwelchen Prozessen den Fall, dass zum Beispiel ein Volumenstrom gekühlt werden soll, irgendein Volumenstrom aus einem Reaktor zum Beispiel, der soll auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden. Und für die Energiebilanz, die wir dort betrachten, haben wir da zum Beispiel einen Enterpiestrom, der in irgendein Rohr vielleicht reinfließt. Dieser Enterpiestrom hier hinten kommt dann raus. Für die Energiebilanz brauche ich also im Prinzip diese Enterpieströme. Und diese Enterpieströme, die haben eine bestimmte Temperatur. Nämlich die Eintrittstemperatur und die Austrittstemperatur. Und jetzt kann es sein, dass ich eben, wie gesagt, eine bestimmte Zieltemperatur habe. Das heißt, das hier ist das, was ich haben möchte bei einer gewissen Eintrittstemperatur. Die steht dann gegebenenfalls fest. Das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Und das heißt, es muss jetzt hier irgendeine Art von Wärmestrom geben, die dort abgeht, wenn ich das eben entsprechend abkühlen möchte, diesen Volumenstrom, der da durchgeht oben. Oder wenn ich es eben erwärmen möchte, dann geht er natürlich rein. Was jetzt drin passiert hier, das nenne ich jetzt hier mal Blackbox. Wenn ich jetzt diese integrale Energiebilanz machen würde. Wie immer bei diesen Bilanzen schade ich mal mit der allgemeinen Bilanzgleichung, Speicherterm, Zufuhrterm, Abfuhrterm und Wandlung. In dem Fall gibt es keinen Wandlungsterm. Den mache ich schon mal gleich 0. Und ich sage auch, dass das Ganze stationär sein soll. Dann haben wir also nur noch Zufuhr und Abfuhrterme. Zufuhrterme wäre in dem Fall also der Enterpiestrom, der reingeht. Abfuhrterm wäre Enterpiestrom, der rausgeht und ein Wärmestrom, der dort rausgeht. Wenn ich das mal weiter auflöse, um das Prinzip zu zeigen nochmal, dann wäre das hier ein Massenstrom, der Eintritt, eine Wärmekapazität dieses Fluids und eine Eintrittstemperatur minus ein Massenstrom, der Austritt, Wärmekapazität des Fluids und Austrittstemperatur minus Q Punkt. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dass ich hier den gleichen Massenstrom habe, der hier rein und raus geht. Das ist jetzt eine Annahme, die wir da relativ häufig haben. Das heißt, ich versuche das ja alles mal so ein bisschen weiter nach links zu verschieben, damit ich da noch rechts ein bisschen mehr Platz habe. So, das heißt ja also, dass M Punkt 1 gleich M Punkt aus sein soll. Und dann haben wir hier, Entschuldigung, haben wir hier also zu stehen, 0 ist gleich M Punkt CP und dann steht hier T1 minus T aus und hier hinten steht noch das Minus Q Punkt. So, jetzt ist es häufiger der Fall zum Beispiel, dass ich eine gewünschte Zieltemperatur habe, also ich nenne jetzt mal so ein paar Bedingungen. Bekannt soll der Massenstrom sein, zum Beispiel die Wärmekapazität und T1. Ziel gebe ich auch vor, soll T aus sein. Und jetzt stellt sich die Frage, wie groß muss mein Wärmestrom sein? Also, Frage, wie groß muss mein Wärmestrom sein? Und ich gehe mal jetzt sogar noch einen Schritt weiter und ich sage jetzt, wie groß muss zum Beispiel die Übergangsfläche sein? Ja, wie viel Fläche muss ich bereitstellen, damit entsprechend diese Wärmemenge dort auch rausgetragen wird in dieser Zeit, also dieser Wärmestrom eben möglich ist. Das heißt zum Beispiel kann ich ja sagen, Q Punkt ist gleich eine Wärmestromdichte mal der Fläche. Und die Frage ist, wie groß ist denn diese Übergangsfläche? Ja, das ist eine typische Fragestellung in der Verfahrenstechnik, in der Prozestechnik, dass ich eben sagen muss, wie groß muss denn mein Wärmetauscher zum Beispiel sein, damit ich diese Kühlaufgabe dann auch bewerkstelligen kann. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in dieses Thema. Wenn ich jetzt das Q Punkt, das ist das Kleinkupunkt, die Wärmestromdichte kenne, dann hilft mir das natürlich weiter. Und um dieses Q Punkt, das hier, darum kümmern wir uns jetzt. Und ich versuche das mal ein bisschen allgemeiner auch herzuleiten, was es damit auf sich hat. So, wir haben hier ein Beispiel, das soll jetzt eine Platte sein, die überströmt wird. Und ich habe hier schon mal ein Koordinatensystem aufgezeichnet, an der linken Seite. Wir haben also nach oben gehend Y, nach rechts geht X, also in die Stürmungsrichtung, in dem Fall geht X, die X-Koordinate und auch die Koordinate für die Temperatur. Und ich habe hier entsprechend an der Stelle X1, das ist hier diese Stelle im Prinzip, dieser ganze Bereich, das ist die Stelle X1. Dort habe ich ein Temperaturprofil hier aufgezeichnet, das ist das hier. Einfach irgendeins gezeichnet, das soll jetzt nur beispielhaft sein. Und dieses Temperaturprofil sieht so aus, dass wir hier eine Wandtemperatur haben, TW, und eine Temperatur in genügend weiter Entfernung. Ja, das ist erstmal ganz allgemein, sage ich jetzt einfach mal, interessiere mich gar nicht genau, wie die Geometrie hier aussieht. Ich sage, in genügend weiter Entfernung herrscht die Temperatur T unendlich. Okay. So, jetzt habe ich ja gesagt, es gibt hier irgendwie einen Wärmestrom, einen Q-Punkt, und das ist, um es genau zu sagen, eine Wärmestromdichte. Die geht in diese Richtung, so wie ich das hier aufgezeichnet habe mit dem Temperaturprofil, ist das ein Wert, der kleiner 0 ist. Da muss man also ein bisschen aufpassen, auch in der Bilanz, ob man jetzt entsprechend schon direkt in der Bilanz auch das Minus-Q-Punkt nennt. Ich gehe mal ganz kurz hoch, ich habe das jetzt hier oben immer schon Minus, mit dem Minus gezeichnet. Vom Prinzip her wäre es allgemein besser, eigentlich dort ein Plus zu machen. Ich will hier im Prinzip nur aussagen, dass entgegen der y-Richtung entsprechend dieser Wärmestrom geht, das heißt, das hätte jetzt hier ein negatives Vorzeichen. Also ein bisschen aufpassen bei der Bilanz, wenn man es richtig macht. Allgemein wäre es richtig, da ein Plus im Prinzip heranzugehen. Okay. So, was ich jetzt sagen möchte, ist ja, wie kann ich an dieses Q-Punkt, also an diese Wärmestromdichte herankommen. Und da gibt es im Prinzip jetzt den Ansatz, den wir ja auch schon beim molekularen Transport auch grundsätzlich kennengelernt haben. Heißt also, ich kann hier einen Gradienten zeichnen. Dieser Gradient ist der Temperaturgradient dt nach dy und zwar an der Stelle y gleich 0, also an der Wand und in dem Fall an der Stelle x gleich 1 oder x1. Ja, das ist also diese Stelle x1 auf dieser Platte, die ich hier betrachte. Und insofern ist das eben an dieser einen bestimmten Stelle dieses Temperaturprofil. Okay, das ist also so, dass wir das machen können. Und jetzt ist die Sache, auf die ich jetzt eingehen möchte, im Prinzip diese Berechnung. Und ich schreibe jetzt hier schon mal drüber den Begriff Kopplungsbedingung, weil ich gehe gleich darauf ein, warum ich das Kopplungsbedingung nenne. Ich will los, die Überschrift schon mal dahin schreiben. So, diese Wärmestromdichte, Q-Punkt, kann ich berechnen, zum Beispiel eben mit der Gleichung minus Lambda dt nach dy an der Stelle y gleich 0 und x1. Also an der Wand, das ist also der Wandgradient, der Temperaturgradient an der Wand an der Stelle x1. Das heißt, das hier ist dann auch, um es genau zu sagen, eine lokale Wärmestromdichte und zwar eben an der Stelle x1. So, jetzt fragt man sich, naja, okay, wir wissen ja gar nicht, ob da jetzt irgendwas strömt oder nicht. Ich habe ja oben gesagt, in dem Beispiel, dass da eben eigentlich was strömen soll. Trotzdem ist es so, dass wir hier eben immer an der Wand selber, an der Wand rein molekularen Transport haben. So, das gilt grundsätzlich immer an der Wand selber, also bei y gleich 0, haben wir rein molekularen Transport. Direkt an der Wand kann nichts fließen in dem Sinne. Das ist im Prinzip am leichtesten zu verstehen, wenn ich tatsächlich reibungsbehaftete Fluide habe und dann die Wandhaftung mit einbeziehe. Wandhaftung bedeutet, dass eben an der Oberfläche die gleiche Geschwindigkeit wie die Wand, wie die Wandgeschwindigkeit vorliegt. Die Wandgeschwindigkeit ist normalerweise 0, also die bewegt sich normalerweise nicht, die Wand. Insofern haben wir dann keine Geschwindigkeit, keine Strömung, keine Konvektion, wenn man es jetzt so nennen möchte, direkt an der Wand. Und insofern haben wir da rein molekularen Transport. Aber das gilt allgemein, egal ob das jetzt ein reibungsbehaftetes oder ein reibungsfreies Fluid ist, weil wir eben direkt an der Wand sind. Dort gibt es immer nur rein molekularen Transport, deswegen kann ich direkt an der Wand diese Wärmestromdichte eben beschreiben, mithilfe dieses Fourier-Gesetzes in dem Fall, mit Minus Lambda dt nach dy und zwar eben entsprechend dem Gradienten an der Wand. Okay, so und jetzt komme ich im Prinzip zu der anderen Variante. Deswegen habe ich das Ganze eben auch Kopplungsbedingungen genannt, weil ich im Prinzip eine Kopplung herstelle zwischen dem rein molekularen Transport, der im Prinzip so eine physikalische Basis wirklich auch hat. Da steckt jetzt eine Stoffgröße drin, hier steht also dieses Lambda da drin, das ist eine Stoffgröße und dahinter steht noch dieser Temperaturgradient. Das ist alles physikalisch basiert sozusagen. Jetzt gibt es aber die andere Variante, die Übergangsgleichung, die wir auch schon kennengelernt haben, die wir jetzt in diesem Fall mit dem Wärmeübergangskoeffizienten eben schreiben. Und die sieht dann so aus, dass da steht Alpha x1, also der Wärmeübergangskoeffizient an der Stelle x1 mal Delta t, also eine Temperaturdifferenz. Ja, in der linken Seite, auf der linken Seite haben wir ein Temperaturgradienten. Hier haben wir jetzt eine Temperaturdifferenz. Ich zeichne das jetzt hier mal oben an. Einen an dem Beispiel ist das hier jetzt, ein bisschen weiter noch, so, ist das hier jetzt Delta t. So, ich schreibe jetzt hier noch dazu, dass das hier eine Stoffgröße ist. Und das hier ist keine rein physikalische Stoffgröße. Ja, ich will das nochmal explizit so sagen. Keine rein physikalische Stoffgröße. Und was meine ich jetzt damit genau? Also das Lambda, wie gesagt, ist eine Stoffgröße. Das heißt, die gehört zu einem bestimmten Stoff, bei einer bestimmten Temperatur und Druck und solche Dinge, kann man eben diese Stoffgröße dann finden und kann entsprechend diese Größe dann auch in dieser Gleichung benutzen. Und die ist dann halt so. Wenn ich jetzt dieses Alpha betrachte, diesen Wärmeübergangskoeffizienten, dann ist dieser Wärmeübergangskoeffizient eben nicht eine reine Stoffgröße, sondern es ist so, dass Alpha X eine Funktion ist von zum Beispiel der durchströmten Geometrie, von der Fluidgeschwindigkeit zum Beispiel, von anderen Sachen noch und ja, durchaus auch, das muss man natürlich auch sagen, natürlich auch von Stoffgrößen. Also die spielen dort mit rein, die Stoffgrößen, aber es gibt eben noch Prozessgrößen sozusagen, die dort auch mit rein spielen. Und im Prinzip kann man das auch relativ gut daran erkennen, dass das keine rein physikalische Größe ist, dass ich dieses Delta T hier, das muss ich definieren. Ich muss festlegen, was Delta T ist. Ich schreibe das hier schon mal kurz dazu und dann erkläre ich oben in der Abbildung nochmal ganz kurz, was ich damit meine. Also das muss ich definieren, was Delta T ist. Ich habe jetzt hier oben Delta T so festgelegt. Delta T wäre jetzt in diesem Fall die Differenz aus dieser Temperatur T unendlich in genügend weiter Entfernung von der Wand und eben der Wandtemperatur. Aber mich hält ja im Prinzip auch nichts davon ab, das anders zu definieren. Ich könnte ja auch sagen, es gibt hier irgendeine Art mittlere Temperatur, Tm nenne ich das jetzt mal, irgendeine mittlere Temperatur zum Beispiel, sage ich einfach, dass das die auch geben kann innerhalb dieses Apparats. Und dann kann ich ja auch einfach sagen, okay, dann bilde ich eben mein Delta T so. Da kann mich erstmal eigentlich nichts von abhalten. Ich kann also Delta T berechnen zum Beispiel mit T unendlich minus T Wand. Ich könnte Delta T auch so festlegen, dass ich hier T mittel minus T Wand nehme. Da hält mich erstmal grundsätzlich nichts von ab. Das heißt, das Wichtige ist, ich muss sehr genau auch darauf achten, wie ich mein Delta T sinnvoll dann auch entsprechend definiere. Denn je nachdem, wie Delta T definiert ist, hat das eine Auswirkung auf das Alpha. Das Delta T, was ich oben sehe, dieses grüne Delta T, das ist eine kleinere Differenz, obwohl wir den gleichen Fall betrachten. Das heißt, die Wärmestromdichte muss ja die gleiche sein. Und das würde bedeuten, dass entsprechend, wenn das Delta T kleiner wäre, weil ich die Definition eben irgendwie anders mache, mein Alpha in dem Fall größer sein muss, damit ich eben mit dem Produkt aus diesen beiden Größen die gleiche Wärmestromdichte rausbekomme. Also ganz wichtig bei den Übergangsgleichungen, Wärmeübergang und auch Stoffübergang, immer darauf achten, wie das Delta T oder in dem anderen Fall das Delta C, also die Konstellationsdifferenz bei dem Stoffübergang und die Temperaturdifferenz beim Wärmeübergang, wie sie denn definiert ist. Das hat einen Einfluss auf diesen Wärmeübergangskoeffizienten. Und die Kopplungsbedingung, wie gesagt, ist jetzt, dass ich sage, die Wärmestromdichte kann berechnet werden mit Hilfe von dem Fourier-Gesetz, also der Wärmeleitfähigkeit, oder eben auch mit der Übergangsgleichung. Beides sind Möglichkeiten, diese Wärmestromdichte zu berechnen. Und die Kopplung ist, wie gesagt, eben genau das, dass ich sage, das ist gleich. Das ist die Wärmestromdichte, die dort übergeht. So, das heißt jetzt, wenn ich diese Gleichung mir hier anschaue und das umstelle, gilt für den Wärmetransport im Prinzip, dass Alpha X, was ich hier oben durch diese Kopplungsbedingungen eingeführt habe, Alpha X, ich benutze jetzt hier den Index 1 nicht mehr, weil ich das allgemein im Prinzip beschreiben möchte, das heißt nur, dass es ein lokaler Wert ist, ist gleich Minus Lambda dt nach dy an der Stelle y gleich 0, also an der Wand und an irgendeinem Ort X, geteilt durch Delta T. Ja, das habe ich jetzt einfach umgestellt und das ist im Prinzip der lokale Wärmeübergangskoeffizient. Also lokaler Wärmeübergangskoeffizient, weil das X auch da dran steht und das steckt eben, oder kommt daher, dass eben der lokale Temperaturgradient an der Wand auch da drin steckt. Man sieht im Prinzip also auch den direkten Zusammenhang. Gehen wir jetzt mal davon aus, bei dem Fall, den wir hier betrachten, dass diese beiden Größen hier, das ist die Wärmeleitfähigkeit und dieses Delta T, dass wir das jetzt festgelegt haben und die sind konstant. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dass dieser lokale Wärmeübergangskoeffizient eben direkt zusammenhängt mit dem lokalen Temperaturgradient, die sind direkt proportional, je nachdem wie sich also der Temperaturgradient verändert, verändert sich dann auch der lokale Wärmeübergangskoeffizient. Nimmt also zum Beispiel bei einer Plattenströmung der Temperaturgradient mit größerer Lauflänge ab, dann nimmt auch der lokale Wärmeübergangskoeffizient ab. So, mit diesem Alpha X, dem Wärmeübergangskoeffizient, dem lokalen, kann ich dann im Prinzip auch die lokale Nusselzahl berechnen. Ich mach jetzt mal klarer, dass das ein Index ist. Nusseldix ist gleich Alpha X mal L durch Lambda. Lokale Nusselzahl wird dann also berechnet mit dem lokalen Wärmeübergangskoeffizienten, der Länge der Platte zum Beispiel, die wir dort haben und der Wärmeleitfähigkeit. So, ich hab jetzt ganz am Anfang ein Beispiel gebracht, ganz kurz nochmal, ein Beispiel hier gebracht, wo es um eine integrale Bilanz ging. Und das hier, diese Wärmemenge, die ich hier betrachte, ich betrachte dort nicht irgendwie einen lokalen Ort innerhalb dieser Blackbox, das hab ich hier bewusst drangeschrieben, ja, ich weiß nicht, was da drin passiert innerhalb der Blackbox, das interessiert mich auch nicht. Ich möchte nur eine gewisse Austrittstemperatur erreichen und dafür muss ein gewisser Wärmestrom entsprechend übergehen. So, ich hab jetzt hier also nicht die lokalen Verhältnisse betrachtet, in dieser Energiebilanz, die ich am Anfang gemacht habe. Ich hab an dieser Stelle im Prinzip den gesamten Wärmestrom betrachtet und nicht an einer bestimmten Stelle, wie sich dieser Wärmestrom an einer bestimmten Stelle verhält. Damit ich dieses Q-Punkt dann tatsächlich noch berechnen kann, muss ich von den lokalen auf die gemittelten Werte kommen. Und das kriege ich dadurch hin, dass ich sage, Alpha, und ich mach das jetzt ohne den Index, denn das ist jetzt der gemittelte Wärmeübergangskoeffizient, Alpha kann ich berechnen, indem ich über die Länge der Platte, in dem Fall das Integralbilder von Alpha, X, D, X und das Ganze dann durch die Länge der Platte teile. Ja, ist also ein gemittelter Wärmeübergangskoeffizient. Also ein gemittelter Wärmeübergangskoeffizient ist das, den man da rauskriegt. Damit wiederum kann ich jetzt auch eine gemittelte Nusselzahl mit Alpha mal L durch Lambda entsprechend mir bilden. Und wenn ich das habe, diese Information, dann kann ich im Prinzip auch wieder reingehen in meinen Wärmestrom und meine Wärmestromdichte. Ja, Q-Punkt, großes Q-Punkt, ist gleich Wärmestromdichte mal Übergangsfläche. Und das wissen wir jetzt, ist gleich Alpha mal Delta T mal der Übergangsfläche. Ich lasse es jetzt mal dahingestellt, was für ein Delta T das ist. Das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber im Prinzip sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt das Delta T kenne und ich habe das Alpha berechnet, dann bin ich zum Beispiel in der Lage, hier diese Übergangsfläche zu berechnen. Ja, das war eines der Ziele, was ich oben genannt habe, für den Fall dieser integralen Energiebilanz. Dafür muss ich aber dann das Alpha auch kennen. Ich will hier nochmal dazu schreiben, dass das Ganze auch analog für den Stofftransport gilt und für den Stoffübergang. Das schreibe ich mal ganz kurz hier hin. Also wenn man das Ganze, was ich vorher gemacht habe, im Prinzip für den Stoffübergang betrachtet, also nicht ein Temperaturprofil, sondern ein Konzentrationsprofil betrachtet und dann keine Wärmestromdichte, sondern eine Stoffstromdichte und so weiter, wenn man das alles durchführt, dann kommt man am Ende auf das hier, nämlich Beta X, der lokale Stoffübergangskoeffizient und der wäre in dem Fall gleich minus DAB aus dem fickischen Gesetz, ja, Diffusion und dann haben wir hier zu stehen den Konstellationsgradienten DCA nach DY an der Stelle Y gleich 0 und X und das Ganze wieder geteilt durch eine, in dem Fall, Konzentrationsdifferenz und das ist dann der lokale Stoffübergangskoeffizient. So, jetzt habe ich im Prinzip, ich gehe mal noch mal ganz von vorne durch, ja, ich habe jetzt hier im Prinzip kurz gezeigt, Energiebilanz, okay, da gibt es dann zum Beispiel einen Wärmestrom, für diesen Wärmestrom gilt dann, dass ich jetzt das irgendwie berechnen muss, das habe ich jetzt hier rechts gezeigt, dieses Themas hier, Wärmestromdichte und Fläche, was ist jetzt zum Beispiel die Übergangsfläche, wenn ich sowas berechnen will, muss ich ja irgendwie eine Möglichkeit haben, diesen Wärmestrom und die Wärmestromdichte zu berechnen und dann habe ich gezeigt, okay, ich kann mithilfe von solchen Profilen zum Beispiel, das blaue Temperaturprofil, was ich hier habe, kann ich also über diesen Temperaturgradienten an der Wand im Prinzip diese Wärmestromdichte berechnen und ich habe jetzt hier die Kopplungsbedingungen genannt, um diesen Wärmeübergangskoeffizienten und die Wärmeübergangsgleichung auch einzuführen und zu zeigen, das gehört zusammen, dieses kleinen Q-Punkt ist gleich das, was ich über den molekularen Transport an der Wand beschreiben kann oder eben auch über die Übergangsgleichung. Dann habe ich das Ganze hier noch ein bisschen umgestellt und habe gezeigt, okay, zwischen dem lokalen Wärmeübergangskoeffizienten und dem lokalen Temperaturgradienten gibt es einen Zusammenhang. Das ist das, was ich hier an der Stelle zeigen wollte. mit dem Thema Kopplungsbedingungen. Jetzt stellt sich die Frage, naja, wenn ich das Profil schon habe, wozu brauche ich denn dann noch diesen Übergangskoeffizienten und die Übergangsgleichung? Und um das darzustellen, habe ich mal versucht, eine sehr kompakte Art und Weise eine Folie zusammenzustellen, die ich Ihnen jetzt kurz präsentieren will. Diese Folie, ich sage es gleich, da sind sehr viele Informationen drauf und vielleicht müssen Sie sich das tatsächlich mehr als einmal angucken, um das Ganze zu verstehen. Aber ich versuche es trotzdem in dieser kompakten Art und Weise mal darzustellen und dadurch, dass ich Ihnen das ja als Video bereitstelle, haben Sie auch dann die Möglichkeit, entsprechend sich das mehr als einmal anzugucken. So, ich gehe da jetzt mal in die Folien rein. So, das ist jetzt diese Folie, die ich hier vorbereitet habe. Ich habe das hier mal Standard-Vorgehensweise genannt, im Rahmen von EIS, aber auch VT, also Verfahrenstechnik, damit man ein bisschen versteht, wie vielleicht auch, warum diese Kapitel manchmal so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Wir fangen häufiger an, irgendwie mit dem Thema Impulsbilanz. Bei S2B machen wir das gar nicht so viel, aber Richtung hinten, also weiter nach hinten in den letzten Kapiteln machen wir das. Bei der Verfahrenstechnik wird das noch mehr gemacht. Die Impulsbilanz, insbesondere die differenzielle Impulsbilanz, die liefert uns ein Geschwindigkeitsprofil. Das heißt, wir haben irgendwie eine differenzielle Impulsbilanz bei einem reibungsbehafteten Fluid, irgendeine Geometrie, die durchströmt wird oder überströmt wird und dann kommen wir im Prinzip zu einem Geschwindigkeitsprofil, das von einem Ort abhängt. Das hier soll andeuten, dass wir hier XYZ zu stehen haben zum Beispiel und das kann auch von der Zeit abhängen, je nachdem, was wir haben. So, dieses Geschwindigkeitsprofil, das schauen wir uns häufiger an. Das hat aber dann was mit diesen ganzen Grenzschichten und solchen Themen zu tun, Gradienten, Profile und solche Dinge, da steckt ja da alles dann mit drin. Dann gehen wir häufig über zu dem Thema Stoffbilanzen oder gegebenenfalls auch Energiebilanzen, je nachdem, was für einen Fall wir hier eben betrachten. Zusammenhang übrigens über die Lewis-Zahl will ich hier gar nicht weiter drauf eingehen. Das liefert, diese Stoffbilanz, beziehungsweise Energiebilanz, liefert mit Hilfe der Geschwindigkeitsgleichung, die ich aus der Impulsbilanz bekommen habe, davor, nämlich liefert mir diese Impulsbilanz oder auch die Energiebilanz, je nachdem, was ich betrachte, das Konzentrationsprofil, eben entsprechend in Abhängigkeit vom Ort und auch der Zeit gegebenenfalls, je nachdem, was für einen Fall ich habe, oder bei der Energiebilanz das Temperaturprofil in Abhängigkeit vom Ort und der Zeit. Um es genau zu sagen, sind das hier differenzielle Stoffbilanzen oder differenzielle Energiebilanzen, die aufgestellt werden müssen, um entsprechend auf ein solches Profil zu kommen. Dafür brauche ich aber, deswegen habe ich das hier so explizit reingeschrieben, die Geschwindigkeit und das Geschwindigkeitsprofil, den Geschwindigkeitsverlauf, WI, den ich hier reingeschrieben habe, das, was da also drüber aus der Impulsbilanz kommt. Habe ich das, kann ich entsprechend mit dem, was ich gerade in der Koppelungsbedingung vorgestellt habe, hier, ja, das ist die Koppelungsbedingung, kann ich auf einen Stoffübergangskoeffizienten kommen. Das habe ich gerade ganz genauso gezeigt, das ist also nur umgestellt, hier ist ein lokaler Stoffübergangskoeffizient, hier drüben steht dieser Konzentrationsgradient an der Wand an einem bestimmten Ort. Kann ich auch als Sherbro-Zahl schreiben, entsprechend lokale Sherbro-Zahl, Beta x mal x durch drw, okay. So, das Ganze kann ich dann noch weiterführen, habe ich gerade auch kurz angedeutet, indem ich hier einen mittleren Wert bilde, also mittlerer Stoffübergangskoeffizient, in dem Fall kriege ich über dieses Integral, ja, ich habe jetzt hier das so ein bisschen ausführlicher noch geschrieben, aber das ist genau das, was ich auch gerade gezeigt habe, vom lokalen zum gemittelten Wert. So, jetzt ist es aber so, dass wir sehr häufig Sherbro-Korrelationen finden im Skript. Ja, das heißt, dass wir haben häufig Sherbrod als Funktion von zum Beispiel einer Lauflänge, einer Reynolds-Zahl, einer Schmitt-Zahl oder ähnlichen Sachen. Gemittelte Sherbro-Zahl auch zum Beispiel als abhängig von der Reynolds-Zahl, Schmitt-Zahl. Wir finden also häufig Korrelationen. Und jetzt kommt eben der Punkt, warum das der Fall ist, denn es gibt ein gewisses Problem. In der Realität ist es häufig so, dass wir diese Impulsbilanz gar nicht lösen können, nämlich den ersten Schritt können wir gar nicht vollziehen. Dieses Geschwindigkeitsprofil, der Wi als Funktion vom Ort und der Zeit, das ist oft nicht berechenbar. Zum Beispiel für turbulente Strömung oder für komplexe Strömungsformen oder Geometrien, die durchströmt werden oder ähnliche Dinge. Wenn wir diesen ersten Schritt gar nicht machen können, können wir dann auch nicht in der Stoffbilanz entsprechend das Konzentrationsprofil berechnen, Ca als Funktion vom Ort und der Zeit, weil wir ja den Geschwindigkeitsterm hier gar nicht haben. Haben wir also diese ganze Sache nicht, fehlt uns im ersten Schritt schon eine Info, die wir für den zweiten Schritt brauchen und wir können das nicht lösen. Und das führt dazu, dass wir im Endeffekt eigentlich häufig nur die Möglichkeit haben, das Ganze über empirische Gleichungen eben zu machen. Empirisch heißt also, wir müssen Versuche machen und diese Ergebnisse der Versuche versuchen wir dann wiederum mathematisch abzubilden in Modellen. Und das sind diese Korrelationen. Scherbe zum Beispiel als Funktion von Reynolds und Schmidt oder Nusselt als Funktion von Reynolds und Prantl zum Beispiel. Das gilt im Grundsatz ja auch für den Reibungsbeiwert, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich will jetzt erstmal nur auf Stoff- und Energiebilanzen eingehen. Also Scherbe-Korrelationen, Nussel-Korrelationen sind ein Ergebnis von Versuchen und diese Versuche mache ich häufig, weil ich eben gar nicht analytisch, rein mathematisch, diese Bilanz lösen kann und entsprechend auch nicht auf ein Ergebnis für ein Geschwindigkeitsprofil und ein Konstellationsprofil kommen kann. Das heißt, ich bekomme dann häufig eben aus diesen Korrelationen irgendwie einen Stoffübergangskoeffizient, der aber rein empirisch basiert ist. Und das liegt an dem Problem, ich kann es gar nicht lösen. Diese Impulsbilanz und Stoffbilanz zum Beispiel, ich kann sie gar nicht lösen für viele Fälle. Und deswegen brauchen wir diese Korrelationen. Für die Fälle, die wir im Rahmen von Eis zum Beispiel betrachten, ist es sehr häufig so, dass wir tatsächlich sehr einfache Fälle haben und wir können ein Geschwindigkeitsprofil auflösen, wir können das also berechnen, wir können dann auch entsprechend ein Konstellationsprofil zum Beispiel berechnen oder ein Temperaturprofil und dann können wir mit Hilfe von diesen Informationen auf einen Wärmeübergangs- oder Stoffübergangskoeffizienten kommen. Eigentlich ist es aber gar nicht mehr nötig, es dann zu machen. Denn wenn ich diese analytische Gleichung habe und die Lösung dafür, dann brauche ich den Übergangskoeffizienten gar nicht mehr. Aber wir machen das, um im Prinzip zu erklären, wie hier Zusammenhänge sind für einfache Fälle und dann versucht man von diesen einfachen Fällen, von diesen einfachen Ergebnissen, die man also aus analytischen Lösungen bekommt, zu schauen, wie kann ich das vielleicht durch kleine Anpassungen eben an meinen komplexen Fall eben heranbringen und zum Beispiel mit einer Korrelation dann abbilden. Ich weiß, das ist eine Menge Information, die ich Ihnen jetzt gegeben habe, auch sehr kompakt auf dieser Folie. Versuchen Sie sich das nochmal irgendwie anzuschauen, nochmal vielleicht auch durchzugehen und zu verstehen, warum wir uns jetzt eben entsprechend auch mit diesen Übergangsgrößen und mit den Korrelationen beschäftigen. Das ist schon auch relativ wichtig, um eben auch das Vorgehen innerhalb dieses Skriptes und auch innerhalb dieser Veranstaltung zu verstehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nacharbeiten und vielen Dank fürs Zuschauen. und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. too